3. So, dann habe ich noch etwas entdeckt im Forum und zwar von Radio Easy MP3. Der hat nämlich eine kleine Map gebastelt, Concept Map heißt die, witzigerweise. Und hier kann man also die ganzen Community-Mitglieder einzeln auffinden und man sieht auch dann, wo die Leute herkommen. Wie zum Beispiel Lars hier aus Oldsberg oder wir können mal explizit nach Orangenlimo suchen. Den haben wir nämlich jetzt gleich hier als nächstes, als neuen Script Reporter und der kommt aus Mettmann bzw. hier ganz in der Nähe aus Düsseldorf. Und ich würde sagen, dass ein sehr interessantes und gelungenes Projekt hier am Start ist mit dieser Concept Map.